so da sind wir wieder heute mit once human ich habe einen neuen monitor ist top auch wenn meine sitzposition vielleicht noch etwas der songs fähig aber muss ein bisschen rumexperimentieren aber wir können es endlich in einem vernünftigen auflösung und einem vollbild modus spielen und streamen was schon mal nicht so verkehrt ist und zeitfluktuation in der nähe was auch immer das sein soll was bist du und warum bist du was zum geier war noch letztens noch mpcs was sind denn jetzt hier ein haufen monster da müssen wir hoch und ship und ship und ship unscheinend Oh. Das war jetzt eigentlich der Zufall, dass ich noch hier bei der Basis war. Noch mal im letzten Mal, wo ich gespielt habe. Oh shit. Ich nehme jetzt einfach mal das Zeug mit. Ich kann schauen, ob ich das wirklich am Ende gebrauchen kann. Ah. Dafür bin ich definitiv zu niedrig. 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 Wie setze ich denn hin? Ah. Äh. Oh. 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 Ich weiss jetzt nicht, ob das so clever ist, was ich hier mache, aber werde ich schon noch merken. Was zum Teufel? Ich sehe schon, hier ist alles mit Gebäuden zugesleistert. Ich weiß nicht, ob es dort läuft, es ist es einfach. Das ist so schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Was war denn das noch mal? ich hätte doch vorhin eine wasserflasche eingesammelt ist die automatischen wasserübergang oder also Ja, das ist noch so die Frage, wie kommen denn an Nahrung und Co.? Ja, das ist noch so die Hotschläge. Was? nur spalt anker aktiviert wissen du es 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 was zum teufel was zum teufel Nein! Die Ausgangssensation ist ein bisschen bescheiden Wow! Bäh! Da stehe ich so ein bisschen im Haus Ich bin mir sicher, dass das so nicht gewollt ist Aber... Gut ... ... Okay. Kannst du mich eigentlich verarschen? Wo ist das Riesenvieh jetzt hin? Komme ich da irgendwie aufs Dach? Okay, also ich bin mir absolut sicher, ich habe das Vieh anders besiegt, als es überhaupt jemals gewollt war. Aber wenn es funktioniert hat, muss ich nur mal bei Gelegenheit meine Munition wieder auffüllen. Okay. Das Spiel ist von Atmosphäre her und Co. schon echt geil. Aber irgendwie ein bisschen strange und noch nicht ganz fertig wirkt es trotzdem. Alter, ich habe auch ganz schön Leben aufgezogen bekommen. Muss ich jetzt mal hin, weil Tanker aktiviert. Tanker bei Overlooks Analyse ist ein Unlässlicher Schützen. Und Leid der Gier. Ah, okay. Also haben wir das jetzt einfach quasi erledigt. Und diese Raumzeltanalyse, die ich mal angezeigt kriege. Hä? Ah, jetzt. Ich habe gefühlt absolut keinen Plan, was ich hier mache. muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich sagen. ícioh ... So... rechts ist noch alles wieder an ... так dass Deine Okay, wer denn hier? Was ist denn der bitte? Der Geist ist krank. Dieser Raum-Z-Anomalie kriege ich auch alle fünf Sekunden angezeigt. Wenn es danach ginge, ist hier wohl überall und ausschließlich das ganze Ding hier in der Raum-Z-Anomalie. Was zum Teufel? Äh, ist der nicht vertont? Ach du Scheiße, wo muss ich denn da hin? Hä? Ach, ich brauche eine in der Nähe. Na super. Kann ich hiervon eigentlich irgendwas... Ne, kann ich nichts benutzen. Okay, schade. Wäre praktisch. Wieso eigentlich ein Adler? Ah, wieso nicht was größeres, was ich hier auch richtig transportieren kann? Äh. 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 Ups, das war Bambi. So eine Auto-Walk-Taste wäre noch ganz praktisch bei den Strecken, die man hier zurücklegt. Ich bin noch einmal überlegen, wie ich es am geschicktesten hier mache mit dem Zocken, also irgendwie ist das hier noch nicht so das wahre. Ich habe halt den Haupt-Spiel-Monitor links stehen und nicht direkt vor mir. Weil ich ihn auch nicht vor mich stellen kann, wegen dem Neben-Monitor, das ist halt der Extra-Post von Samsung. Oh! Ah! Da lesen die aber rigoros über mir, bin dafür aber echt schwach. Ah! Ihr mich ja auch, ihr Mistviecher! Er könnte auch ein bisschen zeitnah auftaufen. Ah! Ich habe die Ah, ich dachte jetzt schon, ich wusste jetzt nicht, was mich erwartet. Ach, ich habe noch einen normalen Bogen jetzt, aber die kann sich ja zimmerweise die Munition. Nicht denn, ach, ich bin da und ich muss da hin. Gehen wir mal zur nächsten Sendeanlage. Sind zwar nur wenig EP, aber es bringt EP. Das hat Spaß gemacht. alter nach basis so an der stelle machen wir jetzt erstmal finish weil mir ist viel zu warm für irgendwas